Hallo, mein Name ist Alex, ich bin ein Deopsingenieur, ich komme aus Russland. Ich bin Christoph, ich bin Health Data Science bei New Yorker. Mein Name ist Toare Andraman-Erassoa, ich bin ein Staff Data Scientist in New Yorker. Mein Name ist Alexi Shabanov, ich arbeite seit 7 Monaten in New Yorker. Hallo, ich bin der Philipp, ich bin ursprünglich aus Österreich. Mein Name ist Pedro, ich bin seit etwas über 4 Jahren bei New Yorker inzwischen. Meine Aufgaben sind vielfältig, ich arbeite hauptsächlich als Architekt, also ich beschäftige mich viel mit Architektur-Frappern. Meine Aufgabe ist eigentlich ziemlich klar. Ich meine, was ich gerade an arbeiten, ist die Distribution, also wie wir optimieren, welche Items wir senden, zu welcher Store. Meine Aufgabe ist vielfältig mit einem Computer Vision Modell, die möglicherweise äußere Embeddingen, äußere Vektoren für äußere Fashion-Itemen zu schaffen. Die Firma hört wirklich an Feedback an der Team und hat die Arbeitsgebung verbessert. Hier haben wir keine zusätzlichen Pressure. Zum Beispiel können wir die Arbeit in einem eher oder weniger verlassenen Weg machen, und ich mag es. Es ist eine Firma, die sehr stark vertikal integriert. Es ist dadurch halt sehr spannend, weil eben dann, wenn man da was erreichen kann, dann dreht man wirklich fundamental die Firma zum Besseren. Wahrscheinlich, was ich am meisten gefällt, ist, dass ich wirklich den Impakt sehe. Ich mache die Produkte, die ich benutze. Die andere Sache, die sehr großartig ist, dass ich viel Flexibilität in wie ich arbeite. Es ist ziemlich international. Wir haben Team-Mates von rundherum der Welt. Ich denke, ich würde sagen, dass die Atmosphäre ziemlich kollegiate ist. Also, ich denke, egal von deinem Titel, ich denke, dass deine Opinion sehr wertvoll ist. Wir sind alle offen und sind alle motiviert und alle wollen, dass das ganze Team weiterkommt. Das ist für mich das Ausschlaggebende. Also, wo man sich um einander kümmert und wo man eben nicht nur am Nebentisch sitzt, sondern auch den Menschen sieht. Es ist wirklich großartig, dass man sehr wunderschöne Kollegen hat, von denen man viel lernen kann. Und jeder ist bereit, aus dem Weg zu helfen, um sich zu helfen. Das Wichtigste ist, dass man offen ist für neue Aufgaben und dass man ein gewisses Stück Selbstständigkeit mitbringt. Und hier ist etwas, was für mich unheimlich wichtig ist, die Bereitschaft, Neues zu lernen, sich auf Neues einzulassen. Es ist wichtig, dass man ein klares Denken hat, dass man mit Komplexität umgehen kann. Persönlich würde ich sagen, Menschen, die eigentlich Freude haben, Dinge zu teilen und zu kommunizieren. Wir wirklich Freude an Gestaltung haben und an größeren Projekten und da keine Angst davor haben, das sind die richtigen Leute für uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020